Leute, heute machen wir mal 5 Arten von Geogamespielen. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, welchen Typen ihr erkannt habt, welcher es ist. Ich werde denen jetzt nicht sagen, ich werde die Tracks nur hintereinander abspielen, Leute. Und, ähm, ja. Ihr könnt mir die Typen bitte mal reinschreiben und dann würde ich sagen, äh, ja. Viel Spaß bei dem Video. Oh man, Leute, ach. Mann, ich brauch schon wieder Leute für mein Zerber. Da spielen nur noch 3 Leute drauf. Oh nein, Leute. Wir müssen ja direkt jemanden anschreiben. Komm, 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 komm. Ach, der, nee, den da, der Spieler, der fährt da sicherlich drauf ran. Ah, Dark, so, hier, komm, schön, immer alles für dich. Hier, nimm, komm auf meinen Zerber, komm auf meinen Zerber, bitte, komm auf meinen Zerber. Du auch, du auch, du auch, ich will auch, dass du kommst. So, nee, falscher, ach man, Geogamespielen, nein, ich will doch nicht. So, komm auf meinen Zerber, komm auf meinen Zerber. Die ersten drei bekommen meinen Admin-Rang, hey, gefaked. Ach, Mann, schon wieder viel zu wenig gebaut. Ach, ich hab hier nur ein 100er Merchbaut innerhalb von einer Woche. Schon wieder viel zu wenig, ach. Das sieht doch übelst hässlich aus, Mann. Das hätte ich viel, viel besser bauen können. Ach, du scheiße, wie das hässlich. Ach, Mann, 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 Mann. Ach, eine Woche dafür gebraucht, verschwendet. Machen wir später erstmal P-Clear. Ach, Mann, ich hab nur noch 300.000 Dollar, ich muss mir jetzt unbedingt Geld leihen. Oder nee, wir müssen die Leute Geld geben, ja. Der, der wird mir doch sicherlich was geben. Hey, ich bin ein Neubraucher. Geld, bitte. Hey, ich bin ein Neubraucher. Bitte, bitte, die müssen mir doch mal was geben. Ach, Mann. Ah, ja, die da, die da ist doch sicherlich... Oh, klitz. Klitz. Hä? Wie wird denn die... Och, Mann. Der da. Oh, der da wird mir doch sicherlich was geben. Nee, die da. X-Kill. Nee. So, müssen wir einfach... Oh, ganz genau. Genau, ich bin... So, setzen wir gleich mal den Namen ein, damit das ja auch was wird. X. Bitte, ich brauche doch nur Geld. Ich hab nur noch fast 400.000 Dollar. Bitte, gebt mir doch mal etwas Geld. Geilzeit, so. Ich bin jetzt der Geilzeit. Wir fragen ihn jetzt mal, wie viel, wir müssen das so weit runter handeln, bis es überhaupt gar nicht mehr geht. Ähm... Geilzeit, jetzt... Hm... Wie viel... Wie viel... Wie viel, wie viel... Wie viel, mein guter. Wie viel willst du denn? Schreib mir das. Hallo, Kobat. 1K? 1K. Schreiben wir... 1 Dollar. Faires Angebot. 1 Dollar. 1 Dollar. So. Verschreibt er zurück. Verschreibt er zurück. Bitte. 1. 200 Dollar. Kommt, das ist aber schon absolute Obergrenze. 200 Dollar. Bitte. 200 Dollar. Mehr nicht. Mehr nicht. 800. 500. Ja, ne. 500 ist immer noch viel. 2... 210. Ganz genau. Oh, da hat irgendjemand entschieden, dass ich Slash Pay am Server machen soll, wenn ich mein Geld sichern will. Machen wir mal. 1.